Das ist eine krasse Berlin-Story. Dieses Jahr am 1. Mai ist ja richtig ausgelast. Es war voll schön, wir waren am Girlie und sowas. Und es gab hinterm Girlie, ich weiß nicht, wie die Straße heißt, da waren so riesige Wägen und Leute haben per Techno gespielt und sowas. Und es gab so eine große Musikbox. Auf die konntest du hochklettern. Und da bin ich mit einer Freundin hoch, die war irgendwie super klein und die war so klein. Irgendwann waren wir dann zu viert dort oben. Und die war bestimmt drei Meter hoch, also du musstest über so eine Absperrung rauf und sowas. Und meine Freundin hatte so einen Dinosaurier-Luftballon. Und es war so komisch, weil irgendwie schon drei Tage wach und so voll auf dem Film abends erst dabei. Und ich sehe nur auf einmal, wie sie so nach vorne kippt. Dieser Dinosaurier-Luftballon fällt so mit und sie wäre halt einfach eiskalt runtergefallen. Und ich noch in meinem Suppe, ich so, es geht gar nicht. Und ziehe sie damit hoch und dann wurden wir auch runtergeschickt und so. Aber das war die Story. Meine Freundin fast verreckt wäre am 1. Mai.